Die Mausefalle. Eine Geschichte von Duan. Tom jagt wieder die Maus. Jerry läuft ganz schnell in ihr Mäuseloch. Jetzt stellt Tom Fallen auf. Es sind gefährliche Mäusefallen. Aber Jerry ist schlau. Die Maus holt den Kerl aus der Falle, ohne gefangen zu werden. Nun geht sie zum Kühlschrank und holt sich noch mehr Käse. Doch da liegt Tom. Er springt in den Kühlschrank. Jerry knallt mit lautem Krachen die Tür zu. Jetzt ist Tom gefangen und Jerry rennt zum Mäuseloch. Jerry ist am Tisch und genießt ihren Käse. Tom schlägt so lange gegen die Tür, bis die aufgeht. Er ist fast eingefroren und zittern. Dann kommt er raus aus dem Kühlschrank. Als er durch das Mäuseloch guckt, sieht er Jerry im Bett schlafen. Tom guckt durch das Fenster. Alles ist dunkel. Tom denkt nach. Dann geht er auch ins Bett.